Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich werde dir diesen Song senden. Ich würde gerne eine Wunderlampe, die mir einen Wunsch erfüllt, so wie diesem Aladin. Obwohl ein Wunsch reicht, bestimmt nicht. Als erstes würde ich mir natürlich Geld wünschen. Ein paar neue Klamotten könnte ich auch gebrauchen. Ach ja, ein Urlaub in der Südsee, ein Leben lang pizafreier Haus. Some people have been writing in, daring to suggest that my musical case is a more old age than new age. Huh, what a cheek! Let me tell you, I'm a child of the age of Aquarius. This is Barbara, working overtime again on the download top 10. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's top 10 downloads. J'aimerais bien avoir une lampe magique, comme Aladin. J'ai tellement de souhaits à réaliser. Déjà, de l'argent à gogo, ensuite, de plus belles oreilles, et puis aussi des vacances inoubliables. Ah oui, et sans oublier l'essentiel, une grosse... I was finally discovered by a talent agent yesterday, but they wanted me to be in a horror film. They said I didn't even need makeup. How rude! Ojalá tuviera una lámpara mágica como la de Aladino para pedir un deseo, pero uno solo es muy poco. Porque claro, pediría un montón de dinero, pero tampoco me gusta mucho el tamaño de mis orejas, y querría tener también un asiento muy grande... This is Barbara, working overtime again on the Download Top 10. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's top 10 downloads. It's finally summer. Time to hit the beach. By the way, did you know sound travels faster through water than through air? That doesn't speed up the beat of the music, though. Don't you think it's easier to hear distant sounds at night? Apparently it's because the Earth's surface is colder. Don't ask me how that makes it easier to hear things. The word piano means a gentle sound. The original name was... Clavichemballo Colpiano A40. Yeah, I'll stick with piano. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this and go to sleep. Don't you think it's easier to hear distant sounds at night? Apparently it's because the Earth's surface is colder. Don't ask me how that makes it easier to hear things. Sagt mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Wisst ihr, was Piano bedeutet? Das ist Italienisch für leise. Die volle Bezeichnung ist Clavicembalo col Piano e Forte. Ähm, angeblich. Ähm, ich bleib lieber bei Piano. Wasn't that fun? That's it for the Download Top 10 today. But I'm always getting new information, so check back soon. See you next time. Jazz is definitely the music for classy adults. It's originally a blend of Western and African music that originated about a hundred years ago. So, see, I know my stuff. That's because I'm a classy adult. 沖縄の音楽といえば三振よね。 弦が三本だから三振よ。 ニシキヘビの皮を使ってるんだって。 コウモリの皮は使わないわよ。 水牛の角なんかでできたチミを人差し指にはめて弾くのよ。 五線譜は読めない。 音符は苦手っていうあんたたちでも 簡単に曲が作れる機械を仕入れたわよ。 歌うだけで楽譜ができる鼻歌作曲に 気ままに鍵盤をたたけば楽譜ができる鍵盤作曲よ。 音符は苦手に入った時 if you have to rely on a superstition. This is a good time of year for traditional Japanese blossom viewing. Get out with your friends and enjoy some Japanese food and drink. And when you do, play this song. I wish I had a magic lamp like Aladdin, so I could have a wish granted. But one wish just isn't enough. I mean, of course I wish for money first. But I also don't like how my ears look. And I wish I had somewhere to go on holiday. And I wish I had as much free time as you do. Still at least you got to spend all this time with me. See you next time and check back soon. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. So I try not to go out in the winter. Well, I can't afford the guests anymore. So hopefully this tropical music will warm me up. Moe sukkari natsu ne. Natsu to iyeba ummi. So so, sってるu? Sui chou no ho ga kūki yori oto ga hayaku tztawaru no yo. Da kāra mizu no naka de wa 8 beat wa 16 beat ni te sonna imi janai wa yo. Vorrei avere una lampada magica come quella di Aladino. Però un solo desiderio non mi basterebbe. Prima di tutto vorrei dei soldi, poi delle orecchie diverse, poi dei vestiti, poi tanti fidanzati e poi ancora. The word piano means a gentle sound. The original name was... Klavi Cianvalo, col piano, A40. Yeah, I'll stick with piano. Sagt mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ojalá tuviera una lampada mágica come la de Aladino para pedir un deseo. Pero uno solo es muy poco. Porque, claro, pediría un montón de dinero, pero tampoco me gusta mucho el tamaño de mis orejas. Y querría tener también un asiento muy grande. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. You don't believe in ghosts and UFOs and stuff, do you? Ah, kids. You're so full of crazy dreams and fantasies. Wait, what's that behind you? Okinawa音楽はドレミファソラシドのレとラを抜くのが特徴なの. Tameしにフリー演奏のピアノ演奏で ドレミファソラシドのレとラを抜いて弾いてみて. Do? Okinawaっぽいでしょ? Jazz is definitely the music for classy adults. It's originally a blend of western and african music that originated about a hundred years ago. See, I know my stuff. That's because I'm a classy adult. 知ってた? Livehouseって和製英語なんだって. チラシとかポスターとかで使いまくってたわ. え? Club with live musicっていうのが楽しいの? そんなの聞いたことないわよ. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. アラブの大富豪のパーティーに行きたいわ. そうそう,カクテルパーティー行こうかって知ってる? ザワザワしてても興味のある会話なんかは聞き取ることができるんだって. アタシモオカネノハナシならどこでも聞き取れるわよ. Salve, abitanti di Hostilia. Benvenuti al primo show di Note al Top della vostra Barbara. Sempre informati sull'ultima notità con la Nintendo Wi-Fi Connection. Ed ecco la classifica dei dieci brani più scaricati. Arribaba to 40人の盗賊のお話の中で 洞窟の扉を開ける呪文が ひらけごまなんだけど なんでごまなのか知ってる? ドウクツの扉を開ける呪文が ひらけごまなんだけど なんでごまなのか知ってる? 扉が開く様が ごまの種が飛び出すのに似てるからなんだって. Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this and go to sleep. アラビアンナイトってお話知ってる? 千夜一夜物語とも言うわ. 千一夜にわたって シェヘラザードっていうお姫様が語った 200人近くの物語集のことよ。 ドウ? アタシュって物語でしょ? Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Willkommen zurück zur Midnight Hour wieder mit DJ Barbara Mikrofon. ist es nicht schnucklig, wie treuergebene Zuhörer willenlos meinen Worten lauschen? Wir halten uns gar nicht lange auf. Los geht's mit unserem ersten Song.